Das war Discord, aber nur ein Level 10er. Den kann ich gerne ersetzen. Warum ist jetzt einfach so viel Fehlzeug in meiner Welt? Das kostet mich jetzt aber arg. Das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass das so viel Autsch macht. Vor allem, wir sind wieder zwei Marktplätze hops gegangen da durch. Oh, deine Ranger, Gilson. Aber wir fähren sie gerade langsam ab. Aber ich glaube, das kostet uns wieder den Sieg. Oh, beast approaches. Your Majesty, a new building is complete. Your Majesty, a new building is complete. This will be a quick mental. I'm melting! Sovereign, your marketplace now serves you better. Ja, es ist 29, wenn ich jetzt nicht innerhalb von einem Tag den letzten Dinger finde. Sovereign, your marketplace now serves you better. Wie viele Ambassys können wir eigentlich bauen? So wie es aussieht, nur A2. Man kann mehrere bauen, aber die nächste ist waumäßig teuer. Was ist ja nicht so THIS POIS. TASSbekus wenn wir da sind. Keine Katastrophe! Ich weiß nicht nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Aber ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich muss jetzt schnell herausfinden, wo das letzte Ding ist. Äh, was steht da? Ich kann es nicht lesen. Du hast zu lange gedreht, und der grumpierende Kimmel hat begonnen, zu öffnen. Das kann wahrscheinlich nicht mehr gegenrepariert werden. Okay, das Castle stürzt rein. Majestät, das Palace ist unter Siege! Okay, wir starten. Wir haben gelernt daraus. Deswegen werde ich es gleich nochmal versuchen. Ich bin ein bisschen mehr. Ich bin ein bisschen mehr. Ich bin ein bisschen mehr. Sovereign, your Marketplace now serves you better. Your playing with the fire. Your Majesty, a new building is complete. Sovereign, your Marketplace now serves you better. Und ich glaube, ich werde dann doch irgendwann wieder anfangen, ähm, auf jeden Fall brauche ich den Scorch-Zauber. Your Highness, the Palace Renovations are finished! Your Majesty, a new building is complete. Ich brauche doch, ich brauche doch erst meine Ranger-Gilde, um die Umgebung abzugrasen. Sovereign, your Marketplace now serves you better. Tax Collector. Sovereign, your Marketplace now serves you better. Sovereign, a building has been upgraded. Ja. Tax Collector. Your Majesty, a new building is complete. So, Ranger, dass wir das Gebiet rundherum sondieren können. Also gerade den Fleck hier hätte ich gerne, dass ich da irgendwo einen dritten Marktplatz hinstellen kann. Tax Collector. Sovereign, your Marketplace now serves you better. Sovereign, a building has been upgraded. Tax Collector. Tax Collector. Tax Collector. More Gold, Your Majesty. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Ein Inn baue ich dann auch gleich schon mal. Tax Collector. Hi ho. Sovereign, your Marketplace now serves you better. More Gold, Your Majesty. Your Majesty, the Royal Treasury is nearly empty. Your Majesty, a new building is complete. Sovereign, a building has been upgraded. So, Elfenbunker nur als nächstes. Der ist nämlich günstiger. Das steigert... So, Elfenbunker, lo. Von mir aus hier hin. Dann können wir nämlich hier zwischen der Royal Garden und dem Bungalow dann den dritten Marktplatz bauen. Ihr werdet auf jeden Fall nicht wieder Geld für ein einen Außenposten ausgeben und ich werde auch gucken, dass ich Ah, sehr gut. Jetzt erst mal Geld sammeln für den letzten Marktplatz. Wo ist eigentlich meine Soldatik? Okay, wir können die Elfe ausbilden, weil die Sachen spawnen auch so. Ein Anwarfung. Da ist das Geld für meinen dritten Marktplatz. Ich weite nur, bis der Goblin vorbei ist. Der Goblin da unten liegt fest. Das ist gut. Wow, wo kommt die Goblin-Invasion her? Ja. Your Majesty, a new building is complete. Unwelcome, Herr Ress. Soverein, your Marketplace now serves you better. Ich will ja echt nichts sagen, aber warum so darf es einmal so viele Klauble sind? Vielleicht hätte ich hier doch erst Fervus und der Warrior Gilde. Ja klar, meine Solari, die läuft da oben irgendwo rum, anstatt dass sie hier unten eigentlich das macht wofür sie da ist, nämlich das Königreich beworfen. Ich hab kein Geld mehr, die Goblins halten mich hier gefangen, ich kann neu starten. Okay, erst die Wehrverteidigung, dann der dritte Marktplatz. Okay. holiday. Okay. Okay.